Also wir wollen ja, hier bin ich wieder der Obatja, wir wollen ja alle in ein gelöbtes Land, im übertragenen Sinne. Und was ist gefragt? Da ist Glaube gefragt und dass man Schritte geht, dass man das auch genießen kann, dass man sich nicht abschrecken lässt von Sachen, die einem vielleicht zu groß sind oder ein Überfordern oder was auch immer. Wir sind ja nicht alleine und lasst uns mal mit Glauben jetzt hier vorwärts gehen, damit wir das gelöbte Land erreichen. Milch und Honig, darum geht es doch. Geistlich gesprochen, geistlich gesprochen. Also Schritte des Glaubens gehen, Gott vertrauen, einander vertrauen und dann wird es auch was. So ist es doch. Ja. 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 Vielen Dank.